die kommen dahinten alle Mann von da alle Uppsala muss ich irgendwie strategisch vorgehen ohne dass ich diesen Blöden ah sie ist dahinten begegne im besten aber hier geht zum Fahrstuhl Mist Ignorier die jetzt einfach und geh direkt zum Fahrstuhl Oh hier Oh Scheiße der ist da schon wieder Ah Er schlägt schon wieder tot Was soll ich denn tun? Ja die Typen kann man nicht töten also schon aber das ist sehr schwer Autsch da ist noch einer Auff Mann Öl Hm ich weiß nicht wie ich das machen soll Hab ich hier ne Idee? Wann ich kann doch ich kann doch mit Oh Gott Ich bin so blöd Ich kann doch einmal mit Marco durchfahren Okay wir sind vielleicht ein bisschen eng hier Ähm ja Wie gesagt ist ein bisschen eng hier Scheiße Scheiße Doch ich passe hier gar nicht durch Ich kann doch die Sicht ändern oder? Mist Komm hier echt nicht durch Ich kann mich nicht machen Ähm Beeinfacht ruhig Hehehe Hehehe Ähm Was ich jetzt mal ganz wahrgemutig mache Ich renne einfach mal voll Oh scheiße Hehehe Dein Rennen Oh Er schlaft Gut Haben wir mal durchgerannt Hehehe So geht's auch ne Hehehe 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 Gut Ich hoffe mal Hier kommen jetzt nicht mehr so viele Dass man eben kurzfristig Speichern kann Aber dem sieht es nicht aus Hm 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 Eine Husk-Statue Gut Oh Gott Das kann doch nichts gutes verheißen Kann ich ja endlich mal speichern Ich hab ein bisschen Angst Ich hab gleich Angst wenn ich gleich sterbe Ich mein ich hab dieses Spiel Spiel Passagier Oh so ist dahinter und moment er ist tot oh 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 man also ist ein Fahrstuhl Lalalala, Gabriel schläft wieder was für ein Fahrstuhl so, ich hoffe, jetzt kann ich umspeichern wäre nämlich ey shit oh man Mist da ist gut Mist Mist egal wo werde ich denn angegriffen? hm 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 ach da unten da sind die ab wer hat gut dann wird es mal Zeit für die hier sagte die hier die die Sniper sind doof nee so so einer ist tot 2 3 sind tot 3 sind tot 4 sind tot ich hoffe jetzt mal der da lässt sich endlich mal blicken so da wären wir jetzt an gerade hin die so scheiße dafür seit Minuten Archer speichern alles klar okay ich habe es wieder der Bezogene ich hoffe das waren jetzt nicht zwei Part aber es ist nur einer ich jetzt sehen es ist ein nächstes Mal wieder hier auf dem Aschloch Planeten oder Eilos genannt ich nehme sagen so richtig fett den Arsch versuchen okay ich hätte da noch nicht aber wir werden sehen bis zum nächsten Mal